Moin und hallo aus der Virol Academy. Heute wollen wir uns mit diesem Ford Focus befassen. Dieser Ford Focus hat ein sogenanntes Powershift-Getriebe drin und wir wollen jetzt mal eine Getriebewartung durchführen. Als erstes würde ich immer empfehlen, egal bei welchem Getriebe, wenn es möglich ist, eben eine Diagnose zu machen, sprich eben schauen, ob irgendwelche Fehler hinterlegt sind. Hier bei dem Fahrzeug ist soweit kein Fehler hinterlegt. Jetzt als nächster Schritt würde ich einmal das Getriebe durchschalten, um zu schauen, ob irgendwelche Geräusche aus dem Getriebe kommen. Bei dieser Überprüfung sollte man eben darauf achten, dass man jede Wahlhebestellung ca. 20 Sekunden durchlaufen lässt. Ich baue jetzt erstmal den Luftfilterkasten ab, weil hier oben auf dem Getriebe gleich die Einfüllschraube zu sehen ist. Das zeige ich euch gleich mal. Hier haben wir unsere Einfüllschraube, die können wir dann jetzt auch schon beim Rausdrehen. Diese Schraube hat soweit keine Dichtung, kann aber auch wiederverwendet werden. Damit du gleich vernünftig das auch filmen kannst und auch alles sehen kannst, baue ich für dich mal eben das Rad ab. Das ist jetzt die Kontrollschraube, die drehen wir jetzt raus. Wir sehen also, es läuft auch schon ein bisschen Öl ab. Mal gucken, ob da was rauskommt. Nicht wundern, dieses Öl sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir wollen aber auch noch mal anschauen, wie man so einen Ölwechsel durchführt. Jetzt wollen wir hier, oder lasse ich jetzt schon mal gleich an den beiden Ölabdassschrauben das Öl ab. Darauf zu achten ist, je nach Getriebeausführung gibt es zwei oder drei Getriebeölabdassschrauben und die müssen auch alle rausgenommen werden, weil es in einzelnen Kammern im Getriebe sonst das alte Öl stehen bleibt. Als nächstes drehen wir jetzt den Getriebeölfilter raus, damit wir da auch gleich ein neues Gehäuse und einen neuen Filter einsetzen können. Jetzt kommen wir zu dem Expert Kit für den Ford Focus für den Getriebeölwechsel. Da haben wir einmal den Filter, der erneuert werden soll. Das Gehäuse plus den Filter Einsatz plus die Gehäusedichtung. Des Weiteren haben wir hier 6 Liter Getriebeöl, speziell für das DSG-Getriebe, unter anderem auch für diesen Ford. Sehr gut bei uns auch noch mit dieser Abdeckung. Wenn einem dann sowas mal passiert, kann das Öl auch nicht auslaufen. Zum Befüllen des Getriebes nehme ich gerne als Praktiker dieses Befüllgerät, weil ich da am wenigsten Klärerei mit habe. Das geht am schnellsten. Jetzt ist wichtig darauf hinzuweisen noch kurz. Der Hersteller schreibt vor, dass man 0,1 Liter in das Ölfiltergehäuse einfüllt, damit der Filter gleich schon benetzt ist. Passt hundertprozentig. Die Dichtung ein bisschen mit Öl einreiben, damit sie gleich beim reinschrauben elastisch bleibt. Beim Montieren des Ölfiltergehäuses ist auf das Drehmoment des Herstellers zu achten. Das Gleiche ist auch bei den Ablassschrauben und Einfüllschrauben zu beachten, dass wir uns an das Anzugsdrehmoment des Herstellers halten. So, jetzt sind wir hier unter dem Auto fertig. Jetzt müssen wir das Fahrzeug runter lassen, damit wir dann das Auffüllen vorbereiten können. So, jetzt befüllen wir mal das Getriebe. So, jetzt haben wir das Getriebeöl aufgefüllt. Es ist aus der Überlauföffnung rausgelaufen. Wichtig ist jetzt eben beide Schrauben einzusetzen, weil wenn ich jetzt gleich das Getriebe durchschalte, bei laufendem Motor würde sonst das Öl rausgedrückt werden. Jetzt brauchen die eigentlich nur diese jedenfalls nur handfest erstmal rein, dann ist das gut. So, jetzt eine Herstellervorgabe. Sollen wir jeden Gang oder jede Schaltstufe einmal durchschalten und 20 Sekunden laufen lassen. Und das machen wir jetzt mal. So, jetzt lassen wir es so weit rauslaufen, bis beim Überlauf das Öl aufhört hier rauszulaufen und dann haben wir den Ölstand, den passenden Ölstand erreicht. So, die muss natürlich ein bisschen angezogen werden. Jetzt ist wichtig, eben eine Probefahrt durchzuführen, alle Gänge nochmal durchzuschalten und zu gucken, ob es irgendwelche außergewöhnlichen Geräusche gibt oder ungewöhnliche Schaltverhalten. Wollt ihr noch mehr über Reperturlösungen erfahren? Schaut auf unsere Internetseite www.expertkids.de Hat euch dieses Video gefallen, sendet uns einen Daumen hoch. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen, könnt ihr uns auch einen Kommentar schicken. Ihr habt euch das Video gefallen, also habt euch das Video gefallen. Vielen Dank.